Yo, das sind Danger Dan und Samwise Sound mit Pash und Music is the Language Deutsch ist die Sprache, die alle Pash-Schulen vernetzt Pash-Netzwerk, Pash-Partnerschaft Weltweit vernetzte Pash-Partnerschaften Wann hat es angefangen? Wer war der erste Partner? Februar 2008, deutsche Schule in Jakarta Doch was geht ab bis Ende 2008? Haben schon 557 Schulen mitgemacht Du kannst Partnerschaften aufbauen und Kontakte knüpfen Zusammen können wir alle Probleme der Zukunft lösen Du kannst eine Begegnung mit anderen Menschen Horizonte öffnen Pash-Schulen unterstützen und vernetzen 2010 sind 1500 Schulen dabei, was heißt das hier ist die allergrößte Lerngemeinschaft, die ich je erlebt habe Sommer- oder Regentage, was geht ab? Partnerschaft hilft in jeder Lebenslage Pash-Netzwerk, Pash-Partnerschaft Weil du alles schaffst, wenn du einen Partner hast Weltweit vernetzte Pash-Partnerschaften Wenn du einen Partner hast, dann kannst du alles schaffen Lass die Würfel fallen und es ist dein Pash Stell dir vor, du hast gerade deine Schule beendet Und Pash spendiert dir ein Stipendium Studentinnen und Studentinnen aus aller Herren Länder können Pash-Stipendien des DAAD bekommen Und das ist nicht alles, Pash bildet Lehrer fort Wenn du gute Lehrer brauchst, ist Pash der beste Ort Deutschlehrer verteilt auf der ganzen Welt Bei der Pash-Initiative fortgebildet kompetent Wenn du Deutsch lernen willst, bist du hier sehr richtig Pash hat Fachberater für den Unterricht und Lehrmitteln Ich war mein Vater, Pash ist mein Partner Pash steht für weltweit im Netzwerk und Partnerschaft Willst du erleben, wie es in Deutschland ist? Komm schon in der Partnerschule, wir empfangen dich freundschaftlich Finde deutsche Freunde und Partner, kein Problem www.pash-net.de Pash-Netzwerk, Pash-Partnerschaft Weil du alles schaffst, wenn du einen Partner hast Weltweit vernetzte Pash-Partnerschaften Wenn du einen Partner hast, dann kannst du alles schaffen Lass die Würfel fallen und es ist ein Pash Bolivien, Rumänien, USA Pash gibt's auf der ganzen Welt Informier dich auf www.pash-net.de Ich sag's dir, Mann, du findest Pashen Russland, Ghana, Polen, Kenia, Kroatien, Senegal, Rumänien, Togo, Ungarn, Mali, Ukraine, Äthiopien, Frankreich, Linnea, Slowakei, Libyen, Bulgarien, Nigeria, Italien, Malawi, Spanien, Rwanda, Tansania, Slowenien, Schweden, Uganda, Portugal, China, Finnland, Indien, Georgien, Vietnam, Griechenland, Indonesien, Serbien, Kasachstan, Albanien, Afghanistan, Armenien, Israel, England, Korea, Belgien, Pakistan, Dänemark, Malaysia, Holland, Taiwan, Taiwan, Irland, Philippinen, Kosovo, Singapur, Südafrika, Sri Lanka, Kamerun, Nepal, Marokko, Australien, Namibia, Seeland Pash-netzwerk, Pash-Partnerschaft Weil du alles schaffst, wenn du einen Partner hast Weltweit vernetzte Pash-Partnerschaft Wenn du einen Partner hast, dann kannst du alles schaffen Pash-netzwerk, Pash-Partnerschaft Weil du alles schaffst, wenn du einen Partner hast Ey, yo Partner, sag mir, was geht ab Lass die Würfel fallen und es ist ein Pash Weil du alles schaffst, wenn du einen Partner hast Und wenn du einen Partner hast mit nicht Ja, du Block hast, du Desdeundert, deinen Versch-gestalt Vielen Dank.